hey hallo und willkommen zum heutigen video ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr habt spaß und ich ich hatte auch spaß und zwar mit etwas neuem mit einem diorama von modbrix ja modbrix ist vielleicht ein begriff ist ebenfalls ein deutscher konfektionierer der auch schon länger auf dem markt ist der hat ein haus designer das ist der florian w und der baut quasi alles was sie an eigenen sachen haben und ja ich bin nicht jetzt der riesenbegeisterte vom chef von blubrix aber das ist ein thema dass ich waren das mal angesprochen habe und schon werde konzern jemals auf modell ich habe das hier beim torsten bestellt weil der hat es auch und da habe ich gesagt okay jetzt diesmal hole ich es mir das gibt schon länger ihr werdet es erkannt haben das ist das diorama von mos eisley also star wars und wir haben hier auch diverse details die alle sehr sehr schön sind und sehr toll gemacht worden sind man muss sich allerdings gewahr machen man schaut aus einer sehr hohen perspektive also die kleinen dinge hier wo ihr hier seht das sollen alles die verschiedenen leute darstellen also zum beispiel hier habt dann blau weißen moment ich mache das mal so kommen hier vorne da habt ihr im blau weißen und so goldig farbig das soll natürlich c3 po und r2 d2 sein und so zieht sich das durch das ganze durch wo wir schon hier sind hier ist der millennium falke ich nehme den gleich ab dass man den näher schauen könnt ich stelle es mal so ab also hier was ich was ich ganz ganz toll finde ist dass man hier noch mal so ein kleines luftfahrzeug hat hier unten habt der lux landegleiter in rosa komme ich auch gleich dazu und diverse kleine gebäude richtig richtig schön gemacht und natürlich nicht zu vergessen slave one auch ein raumschiff von boba fett gut also zunächst einmal lux gleiter der ist zwar rosa aber ich wüsste auch nicht was für eine farbe man hätte machen sollen das ist eine ziemlich schwierige farbe was dem original hat knall orange wäre auch nicht gut gewesen egal designt ist jedenfalls toll der gefällt mir wirklich sehr sehr gut und ich muss mir irgendwas einfallen lassen wie man den focus schneller her kriegt ich habe keine lust wieder hält da und focus zu schreien probieren wir nach am buch dahinter aus machen wir doch mal kurz testen 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 dann irgend so was da kann man ja so was ist wenn ich jetzt so mache dann focusiert es schon viel besser jetzt kann es noch richtig schön schön der sieht also richtig schön alt aus deswegen auf der einen seite schon so braun ein bisschen abgeraucht fantastisch also das design ist super rosa ja eben ist gewöhnungsbedürftig aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm wenn man es aufs ganze schaut dann fällt das eigentlich gar nicht so auf dann die slave one mal gucken dann nehme ich eine ganze menge mit probieren wir doch das neue werkzeug aus so also die slave 1 gefällt mir auch außerordentlich gut ist wunderbar gemacht ich bin mal nichts nicht so sicher ob das tatsächlich die richtige größe ist im verhältnis zum zum millennium falke wenn ich mir nicht so sicher aber wenn man schon aus der nähe haben die steine sind es war okay die steine sind okay die klemmkraft ist eigentlich im großen und ganzen recht gut da ich jetzt aber von verschiedenen seiten gehört habe dass das bei mordbricks oftmals ein bisschen glückssache ist also beim torsen haben da gewisse sachen nicht gehalten bei mir hat jetzt alles gehalten also auch die einen stats kann ich nicht beurteilen ich möchte nicht zu früh hüpfen ich kann einfach nur sagen es hält es war gut es hat mir gefallen so jetzt mal den millennium falten so richtig mal schön aus der nähe jetzt muss ich den mal anders halten und da ist mit sicher die landetreppe abgefallen oder was anders egal naja also ihr seht hier den landaufgang wo sie rauf rennen gefällt mir wirklich wirklich gut jetzt ist mal wieder dass der kegel ist runtergefallen wo liegt er denn nach egal finden wir nachher also der gefällt mir wirklich gut auch so wie sie das gelöst haben ich habe mir den extra noch mal angeschaut so er ist von der länge her ziemlich gut von also das design ist hervorragend wir können die mal lustigerweise mit dem knuffigen von 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 lego vergleichen lego hat ja 10 euro also es war rund 10 euro 12 13 franken nein der war mehr oder nein ich glaube aber zu 10 12 franken so mikro fighter und dann guckt er mal die zwei nebeneinander an ich finde es witzig also der hier ist wirklich knuffig während der hier eindeutig näher dran ist und vor allem das ganze set kostet 35 euro 10 euro da habt ein ganzes diorama da habt der millennium falke der näher dran ist entscheidet selbst hat aber trotzdem auch spaß gemacht den zum bauen allerdings kein set dass ich gesondert vorstelle also das war der ding und jetzt schöne bautechniken interessante sind wie sie die mauer wir die mauer hier gemacht hat und dann auch hier die die ganzen verzierungen und alles ganze zeug es ist richtig richtig schön gemacht also jetzt guckte man noch mal genau auf die gebäude die eingänge die sonnensegel also es wirkt richtig es wirkt gut auch von hinten sieht es nicht abstrus dämlich aus auch die kleinen details wo von vorne gar nicht sie gibt es da hinten also was ich ein bisschen dämlich finde ist dass der hier ist nicht richtig verbunden ich habe keine ahnung wieso nicht das hätte man anders machen sollen die die gang schaltungsteile da also ihr kennt das die sind naja farblich passt das alles zusammen das ist tipptopp hier diese stange hier diese stange da oben das ist keine durchgehende stange das ist von unten so ein stein mit 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 mitgelieferter stange quasi und da setzt ihr das hier oben drauf und dann oben schiebt er die stange rein ja ich sag mal das ist ein bisschen sportlich dann ist ein bisschen sportlich weil ich meine ihr sollt auf dem auf so einem kleinen raum sollt ihr zwei stangen die e abgerundet sind leicht aneinander schieben und soll das halten das heißt ihr habt ungefähr einen millimeter wo jede stange teil drin sitzt ja das ist ein bisschen sportlich aber wenn man es hingekriegt hat nicht mehr anfasst dann funktioniert das gut ich glaube den kleider können wir noch mal rausnehmen dass wir den auch noch haben der ist auch ganz nett gemacht so also design kann das gefällt mir ich habe auch nicht gewusst dass es die dinge hier in dunkel dunkel grün gibt also es wirklich dunkel grün habe ich nicht gewusst finde ich gut kann man mal so ein gebäude wegnehmen mal gucken kann ich so ein gebäude wegnehmen oder werde ich das bereuen wir werden sehen ja ich bereue es ein bisschen aber das mal so aus der nähe ein bisschen anschauen könnt jetzt hat ein bisschen auseinandergerissen wenn ruhe kräfte sinnlos schalten walten ja so wie war das das war jetzt da hinten das kommt sicherlich so dahin du kommst wieder mal da runter dann kommst du da drauf und da bist so ok also die kleinen löcher da drin die kleinen löcher da drin so wie wir das ganze die ganzen details auch hier so auf dem gebäude also das gefällt mir wirklich also ich musste mich an den look erstmal ein bisschen dran gewöhnen aber mittlerweile bin ich ziemlich begeistert davon eben die steine würde ich nicht als erstqualität bezeichnen aber ich sie sind auch nicht schlecht also es erinnert mich ein bisschen an so tingbao allerdings die die früheren steine aber es ist nicht schlecht es hält also ich würde sie sogar fast also die steine die ich jetzt hier habe würde ich sogar ein bisschen über blubricks tangieren bewegen so aber es ist natürlich gefühlt sache ein bisschen ich kann es also nicht genau beschwören aber es glänzt ein bisschen mehr die klemmkraft war irgendwie gleichmäßiger aber eben das ist ich habe es von verschiedener seite gehört dass da nicht alle glücklich sind damit also ihr seid gewarnt keine so empfehlung einfach so ne so jetzt haben sie jetzt zusammen ja also könnte man unterschreiben was ihr so von so dioramen haltet also mir gefällt das mini diorama vor allem es ist nicht sehr groß sind 16 breit 32 lang glaube ich wenn ich es richtig im kopf habe plus minus ist gut schöne größe hat schön platz ja also ich glaube viel mehr kann ich dazu nicht sagen im moment reicht ja auch für heute ne und dann bis demnächst viel spaß bei allen neuen projekten bis zum nächsten video bei bei